. Diese Klasse, die wir von diesen Gewerken haben, handelt sich um Gebundenheit und Frieden. Sie Menschen sind alle Menschen, die Probleme haben. Und das ist die Ursache, warum wir diese Klasse aufmerkt haben, durch den Wortgottes oder in den Wortgottes, weil wir mehr wollen uns kennenlernen, wo wir mit unseren Problemen angehen. Wir finden so viele Versprechungen in der Bibel, wo wir kennen die Brücke von Menschen in unserem Kampfleben. Wir können Menschen helfen mit dem, und ich glaube, dass wir uns selbst helfen können mit dem. Nur durch diese Jahre, die wir hier erlebt haben, haben wir sehr viel gelernt, was für mich helplig ist, was für mich nützlich ist. Und wir haben gleich mit Menschen versucht, diese Dinge überzugehen. Und wir haben immer etwas Brücke gekauft, damit das eine Hilfe kann sein, für uns in den Kampfleben. Die erste Staube, die wir haben, handelt sich um, wer sind wir? Oder wer bist du? Oder wer ist sie ich? Und ich finde das so, dass viele von unsere Troubles, die wir waren, sind, haben zu tun, dass wir uns selbst nicht kennenlernen. Ich habe vielmals eine Karte gesagt, was ich sage, wenn wir uns kennenlernen, dann fangen wir Gott. Und wenn wir Gott wollen kennenlernen, dann fangen wir uns. Und wir haben dort in der Bibel klar geschrieben, wer wir sind, wo wir sind und zu was wir sind. Das erste ist die Prophezeiung, was Gott jevende, der Jesaja, an eine Sass dich verscheint. Und nach Lothar, dass diese Prophezeiung passieren hat, dann sieht Jesus dort in Lukas, Kapitel 4, Vers 8 hin. In dem Vers, ich habe mich am Anfang zu lesen, dort steht ein Anblick, was wir sehen wollen. Lukas, Kapitel 4, Vers 8 hin. Da sagt er, der Geist des Herrn ist bei mir, darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, und den Blinden das Gesicht, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Nach der nächste Vers sagt er, und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und das ist, was wir vor uns. Das, wo wir von der eigenen Beine sind. Wir sind, und das angenehme Jahr von dem Haar Beine, wo diese Prophezeiung passiert ist. Und, ich sage mich mal, wie Menschen anzertid hier, wie wir das Wasser moeten, wo wir von der eigenen Beine sind, aber wir tun nicht alles. Wenn wir alles duiden, dann würden wir viele von der Probleme lossehen, was wir in der Beine sind. Und ich habe hier ein Bild, was ich Ihnen besser erklären will, Lukas Feier 18. Und endlich habe ich hier wieder gesagt, was wir in der anderen Seite von der Schrift finden, nicht unbedingt in diesem Kapitel. Aber hier sage ich, dass wir von der Beine sind, wo wir geleistet haben. Und von der beruhigten Horte, wo wir geheult haben. Und wo wir Schuld haben, da waren wir frei. Das ist endlich das, was wir am meisten haben. Viele von uns, Plotische Mennoniter, wir sind sehr klar, dass wir Sündevergebung brauchen. Wenn wir uns versündigt haben, wir brauchen, dass wir loskommen von der Sünde. Und das tun wir auch. Wir bezeichnen unsere Sünde, wir waren noch frei. Aber das scheint manchmal so, wie wir noch gebungen hätten, wo wir nicht von der Sünde sind, weil wir unsere Sünde bezeichnen haben. Oder wir haben andere Dinge, wo wir gebrochene Horte haben, wo wir nicht Heilung übertreiben. Wir drehen auch etwas mehr, wo wir uns nicht mehr weiten. Und wenn wir uns nicht mehr weiten, es ist dort vielmehr der Fall, dass wir an Troubelstern kommen. Das nächste sage ich, er mag die Blinge sein. Und das ist auch ein Ding, was wir finden. Wenn wir wirklich an uns selbst sägen haben, dann einmal finden wir Dinge an, was wir nicht alle sein haben. Und das ist endlich, womit wir wiederkommen und diese Probleme loswerden. Das nächste sage ich, wenn Probleme nur allein hat. Ich sage manchmal, wir als Christen, wenn wir wirklich Jesus annehmen, dann dürfen wir keine Probleme haben. Jetzt sage ich Gott, wenn wir als Christen ohne Probleme sind. Und wenn wir wirklich ein Problem haben, wenn wir das erklären wollen, wenn wir ein Ding schaffen wollen, was wir nicht wissen, was wir machen. Dort, wo wir uns nicht mehr weiten. Dort sind Probleme für uns. Und Gott hat das nicht geplant. Wenn wir uns dort in den Fingern befinden, dann drehen wir das noch nicht allein. Und das gleiche. Ich sage einmal, wenn wir diese Klasse, die ich denke an, wenn wir die Klasse, die ich habe, von dort habe ich nicht mehr Probleme. Wir haben allein. Und wo wir dann, wie wir das allein haben, wenn es Gott verspricht, uns für alle Probleme Lösungen. Vor alle Blinden steht ein Licht. Das verspricht er uns. So, wenn du blind feilst, dann hast du eine Gelegenheit nicht in Trouble. Ich brauche das Beispiel manchmal mit dem Kind. Wenn unsere Finger sanken, dann glaube ich, wir haben ein Problem zu lösen. Aber wir haben eine Gelegenheit, das wird mehr zu tun. Das wird Gott in den Stoff eingestellt. Und weißt du, so wie wir den Teufel haben, das ist nicht ein Problem. Wir haben die Gelegenheit, Gott seine Kraft zu bringen, um den Teufel zu überwinden. Wir haben uns versprochen, wir kennen das. Und wir als Menschen sind manchmal so, das ist ein Problem. Ich sehe, wir sind nicht los. So sind die Gefeilen. Wir haben sehr viele hohe Gelegenheiten gefeilen. Und wir reicht uns nur, wo wir feilen. Wir feilen verloren, oder wir feilen uns glücklich. Wir feilen uns Schlag, oder wir feilen uns Gott. Und das ist auch so ein Ding, wo der Teufel versucht, einen Ende zu schlappen, dass wir an dieser Gefeilen leben wollen. Und das ist auch ein Ziel. Die Bibel ist versprochen auf dem Glauben. Das ist auf Gefeilen. So, wir kennen, wir wollen von Gefeilen, die wir gehen nur glauben. Wahrheit, ich will Ihnen nicht erklären, dass Gefeilen nicht Sinn sind, oder Gefeilen nicht recht sind. Gott hat uns Gefeilen gegebt, und bei wahrer Brück, wie zu finden, zu sein, wo die Gefeilen uns helfen, und wo die Gefeilen uns borden. Und da werden wir durch diese Klasse besonders von Lehren. Das nächste Ding ist von fleischlich, nur jäßlich. Da habe ich das unterste. Von fleischlich, nur jäßlich. Weil, was meint dort? Wir fingen in der Bibel sehr klar geschrieben, dass Gott hat kein Gefallen an den fleischlichen Menschen. So, und da werden wir auch sein, was meint dort? So, Menschen denken dann so, sie mag da immer trürig schicken. Sie mag da immer etwas nicht flehen, wenn es gotthaft kein Gefallen ist. Und das meint nicht das Fleisch. Und da werden wir hier bei einer Lehren, was von Fleisch sich da am Holiday hat, was wir wollen loslassen, und wir wollen jäßlich denken. Das Ziel von dieser Klasse und diesen Problemen ist endlich, dass wir uns kennenlernen. Wir wollen uns in der ersten Klasse besonders, in der ersten Stau besonders, uns selbst mal kennenlernen. Wer sind wir? Und was ist Gott zum Plan? Mit uns? Natürlich, seilisch, und auch geistlich. Und wir haben diese Prophezeiungen von Jesus, was da abgeschrieben ist, oder Prophezeiungen, so ich sage, was abgeschrieben ist von Jesus, dort heute ist, wort es verführt werden. Und das wird Jesus dort gesagt in Lukas 28. nicht selber in das angenehme Jahr. Hier ist es, wo er anfängt zu reden. Er sagt, dort ist es, von der Tag, hier passiert. Und weißt du was? Dort ist es 2000 Jahre lang. Dann sagt er das prägendheit. Und dort sagt er, da ist Nazareth, der erste Botschauffer. Er braucht, seht ihr das? Und das sagt, von der an, der erste, was wir in dieser Klassewahl haben, dort wird wirklich sein, dort ist es, hier passiert, dort ist es, hier passiert. Dort wird das gerne haben. Und was besonders, ich denke, wir haben diese Schuld, dass wir frei waren. Und Jesus sagt in Johannes, auch, wenn er uns frei macht, dann sind wir reichfrei. Und das ist die Prophezeiung. Wir wollen nicht bloß stellholen und unsere Sünde betachen. Wir wollen loskommen von allen Trübbeln. Und das ist unser Klasse, was von denen soll sein. Erste Gaufe, Ewa, noch erste Mose, 2, Vers 7. Gott mögt die Menschen von ein Eid klumpen. So, das ist, was da geschrieben steht. Gott mögt die Menschen von ein Eid klumpen. So, hier wird es die erste Frage, was von Menschen mögt er von Eid? So, das ist unser Kärpa. Das muss uns verständlich sein, unser Kärpa, was diese Eid ist, der ist von Eid gemerkt und von Eid gemerkt. So, wir fingen dort in der Schrift klar, dort ans fleischliche Kärpa, und ich sage, nicht die fleischliche Kärpa, was ich da nur erkläre will. Ich sage, ans Kärpa, was von Fleisch gemerkt ist, die sind von Eid. Und die Bibel sagt, die Kärpa wurde ich zu Eid geworden. So, ans Kärpa wurde nicht in den Himmel kommen, dort werde ich nicht fort sein. Ans Kärpa wurde hier gestorben und er wurde verfüllen zu Eid geworden. So, wenn wir den betrachten aus Sint Kärpa, was wirklich vor der Eid ist, da haben wir gemerkt, dass wir hier, dass wir hier bei Eid sind, dass wir dort leben können. Und dann sage ich das wieder, und was hat Gott nachgedacht, in den seltensten Fall, sage ich das, und er bloß dem eine Nase und leben ja Odem, dann sage ich das, und dann ist der Mensch eine lebende Seil. So, hier fingen wir, was ganz interessant ist, und das ist dort, wo wir ans Molchaner lernen wollen, dort wir haben ein irdischer Kärpa, und was von Eid gemerkt ist, woran sie hängen und feiten die ganze Kärpa ist, kaputt und verstand, das ist alle von Eid gemerkt, und sogar ein Doktor sagt mal, dass der Mensch hat keine Seil, wenn er alle weh repariert, und er funktioniert nur nicht. So, das ist interessant, dass wir an uns haben, was nicht zu finden ist, als ans Kärpa der Mensch. so nicht mal im Hort, fängt er die Seil, nicht mal im Verstand. Dort hat es alle von so einem gemerkt, was verfüllen wird. Aber hier ist was ganz interessant ist, dass Gott uns an den Nase angeblost hat, und wir sind wirklich eine lebende Seil, sage ich das. Das sage ich nicht bloß, wir haben eine lebende Seil, wir sind eine lebende Seil. Und das ist, was viele Menschen nicht verstehen können, weil sie sagen, dass sie auch nicht. Ich kann ihnen nicht erklären, dass sie so sitzen in der Seil aber ich kann ihnen erklären, dass er da ist. Und das wollen wir durch diese Klasse lernen. Dort nächsten, in der ersten Mose 1, 17 und 20 fingen, wir sind klar, dass Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. So, hier ist ein Punkt, was wir ganz klar haben, dass Gott mögt den Menschen, was ihm lebt. nicht. Und das Mensch, dort ist die Seil, was ihm lebt. Dort ist, was Gäsel jetzt nahen wir dort. So, ich weiß nicht, wie wir können sagen, was Gäsel jetzt. So Menschen sagen, da bitte sind Gäsel, da kostet die seine Nähe, gar nicht. Aber ich weiß, die sind dort. Oder an der Hüse sind Gäsel, oder an den Menschen, das in Gäsel ist. Weil, was nahen wir in Gäsel? So, hier muss wir klar haben, was wir nicht wirklich mit unserem Menschen verstehen können. Das, was von der Erde gemerkt ist, uns verstehen, was wir haben, was Gott gemerkt hat, von der Erde, und von der Erde, dort kann man das nicht begreifen. Aber wir haben uns, was wir klar haben, und uns essen noch was, was ewig ist, ich will sagen, jäselig ist, oder lebendig ist. Und hier sind diese drei Wörter, die ich viel mal brauche, was Gott lebendig nennt, was Gott jäselig nennt, und was Gott ewig nennt. Und das Port, ist endlich, was Gott uns gemerkt hat, was wir haben, das ist das Seilische Port. Wir können sagen, jäselig. So wie weiter, ein menschhaftiger jäselig. In Johannes Feierfeier in 20, sag ich das, dass Gott ist ein jäselig, und an dem jäselig ähnelt wie ihm. Das ist, wo wir ihm liegend haben, mit diesem jäselig, was wir geträgen haben. Das ist ein Räumer 8 Versaustien. Hier sagt es, Gottes jäselig ist uns jäselig, dort wird Gott seine Kinder sein. So hier fingen wir mit zwei verschiedenen jäselig. Einen ist Gott seine jäselig, und einen ist uns jäselig. Und ich bräuchte das manchmal aus dem Beispiel, wenn wir diesen jäselig wollen, können wir lernen, dann müssen wir uns jäselig machen. Wenn es das erst mal mit dem jäselig ist, können wir Gott wirklich sein und machen. So wenn wir das jäselig nicht ertanen an uns, dann fingen wir auch nicht Gott. Aber wenn du den wirst sägen, dann wirst du ihn auch nicht fingen. Johannes 3 Versaust, hier sagt es, was von Fleisch geboren ist, dort ist Fleisch, und was von jäselig geboren ist, dort ist jäselig. So hier fingen wir weiter, das sind zwei verschiedene Dinge. Weil das Fleisch, dort meint uns schärper. Das meint nicht unbedingt das Fleisch will ja Menschen werden, wo wir noch mit wiederwählen von hören, das ist uns schärper. Das, was von Fleisch geboren. Also du bist geboren von deine Mama. Alle. Wir haben alle eine Mama, die geboren sind. Und das ist fleischlich passiert. Das müssen wir klar haben. Und dann, das jäselig wird, was von jäselig geboren wird, das ist jäselig. So wir müssen das von jäselig geboren werden. Und dann kommen wir noch einmal, ach, wo ich schief und saß, hier redet, von fleischlicher Sonnesehne, in jäseliger Sonnesehne. So hier haben wir diese andere beiden Ports all, von fleischlicher Sonnesehne, in jäseliger Sonnesehne, fingen wir auch. Das fleischliche Sonnesehne, das meint nicht schärperlich. Das meint uns Fleisch will ja Mensch, wo wir noch einmal viel von fingen. Da sagt es, wieder, fleischliche Sonnesehne, als die Daut, und jäselige Sonnesehne, als Leben in Frieden. So wie fingen wir hier, das andere Fleisch-Port, was ich ein bisschen erklären will. Uns schärper, dort ist von Fleisch, oder dort ist von hier, Taufleisch, gemerkt. Aber, das fleischliche, das meint, uns eine fleischliche Mensch. Und was passieren da, wie wir, in 1. Mose 2, 17, da sagt es, den Tag, was du von dem Baum äten, wirst du sterben. Und hier erklärt sich dort all, von das fleischliche Port. Und endlich ist das fleischliche Port, das fingen wir von 1.17, im 3. Kapitel, da fingen wir die Erklärung von dem Teufel, über das fleischliche Leben. Hier kommen Adam und Eifer, und das ist ein Baum noch, was Gott gesagt hat, die Selle dort nicht von äten. Wenn du da von äten, weil du sterben, sagt Gott. Und dann, dass Adam und Eifer dort sind, Eifer checkt den Baum an, und sieht den Baum als lieblich, als Schmack anzuecken, und der trägt er lustig, jo. Dort wird sie den Baum sitzen, und dort hat sie Kontakt mit einem Schlag. Der Teufel ist da, was das Kontakt merkt, mit Eifer. Die hat der richtige Schlag, und da sagt der Eifer, dort, check einmal, die waren nicht sterben. Die waren klug geworden, so ist Gott, und weißt du, was guten Schlag ist, was guten Beis ist. Das ist, was der Teufel da sah in das. Und das fing, wenn die Bibel fand, der Teufel, der denkt fleischlich. Hat er fleischlich Adam und Eifer erklären, was ist. Und hier so fing, wie so klar, der Unterschied von Gott, und von dem Teufel. Gott sieht hier, dort Adam und Eifer würden sterben, wann sie würden von dem Baum äten. Und wenn wir das in Betrag nehmen, fleischlich, dünnig fleischlich denken, dann denken wir so, dass der Teufel es erreicht aus Gott. Wenn es ganze Gehäten hatten, sie sterben nicht. Fleischlich nicht. Aber was passiert dort, wenn sie Gehäten hatten, dort ist, dass die Gemeinschaft zwischen Erden und Gott. Die sterben. Die wird dort. Dort passiert direkt dort. Noch eine Sache, was dort wird, dass die Gemeinschaft mit dem, ich soll sagen, mit Gott, mit Jesus, was ich meine, die Gemeinschaft, dort passiert, wenn sie das Wort erinnert, wird sie nötig. Weil, wird sie erst gleich nötig? Ich glaube, ja. Ich glaube, sie wird ferser, aber sie merkte das nicht. Das wird so, dass Gott das gemerkt hat, und da wird kein Schämen. Das ist, was da abkommt. Da bei dem Baum, da wird kein Schämen ab. Von wem? Von Gott. Sie schämte sich von Gott, und ich glaube, sie geht von sich selbst. Sie schämte sich. Woran? Wenn sie mögen sich Kleider, dort und weit, wie sie schämte sich. Und sie gingen sich verstärken, in einem Diestromanker Bein, woher, dort, wo sie Haan gingen. So sei ja klar, dass hier passiert wird, aber nicht fleischlich, dass sie sterben werden. Und da an, wir können denken, wenn wir uns sägen wollen, wo wir uns fingen wollen, dass wir jetzt nicht denken, an unsere Probleme, wo wir bei uns sind. Wenn wir bloß fleischlich denken, dann kann es sein, wo wir das nicht fingen. Wir wollen sogar verstärken. Und hier habe ich, das klar, in 1. Mose 2, Vers 7, da sagt es, dass Gott den Menschen von den Eid kloppen muss. Das wird natürlich passieren. So, von dem Rückgott ist, in dem Rückgott ist, das ist das Gäsel. Das ist nicht das Fleisch. Das ist das Gäsel. So, wie weit, dass der natürliche Mensch von den Eid gemerkt ist. Und dann sagt es, fleischlich, wenn wir, wenn wir fleischlich sind, dann hat Gott kein Gefallen an uns. So, hat Gott dann ein Gefallen an uns sharper? Yes, er hat. Aber an das Fleischelgeport, was wir haben, dann hat Gott kein Gefallen an. Wenn das Fleischelgeport als Teuflisch, in 1. Mose 3, Vers 7, das war, wie ich gesagt habe, die Teuflische Fleischlichkeit hat Gott kein Gefallen an. Und da ist es passiert in uns Menschen. Da müssen wir alle taus tun. Wir können nicht sagen, dass es nicht wahr ist. Dass es wahr ist, dass wir wirklich vom Teufl fleischlich geworden sind. Und dann, in 1. Mose 2, Vers 7 sagt, Gott bloß den Menschen im Leben gehalten. Das sehe ich Ihnen schon. Und dadurch sind wir eine lebende Säule. So, das wird wir haben. 1. Mose 1, Vers 27. Gott mögt den Menschen an dem Bild. So wahr, wenn wir alle Gott teilen lernen, das ist ein sehr feiner Versch, was wir brücken teilen. Gott mögt uns am ähnlich. Und wenn du weißt, Gott Noah teilen lernen, und weißt du, wer er ist, dann musst du erst mal die teilen lernen. Wer bist du? Wenn es du likens Gott. So, wo wir später können Gott fingen aus Andes. Wir schauen manchmal noch andere Menschen, wo sie da sind. Und dann sagt er vielleicht, wo es ein Christ ist. Und wenn er dort ein Christ ist, dann kann er Gott nicht. So, ich würde die Rote da schon mal Andes. Wo du kannst Gott fingen. Andy, auf was für eine Mode kannst du Gott bei dir fingen? Ist es fleischlich oder ist es jesslich? Und hier, wo wir fingen dort und das jesslich ist, wo wir wirklich dichter bei fingen können. Und dann jesslich sage ich, und dann immer auch versast ihn, hier redet von dem Mensch am jess, der ähnelt Gott. So, wie kann ein jesslich Gott ähnlich werden? Ja? So, war er ein sehr feiner Versch, wird uns erklären, dass das jesslich ist, dass dort, wo wir wirklich Gott lieben. 1. Mose 1, 27, in Johannes Feier, Feier und 20, erklärt Gott, dass Gott wirklich jesslich ist. Und wie sind doch? Also, der Mensch ist natürlich, der ist fleischlich, der ist jesslich und der ist säilisch. So, diese Feier sollte von Menschen fingen wie in der Bibel beschrieben. Und das ist, was er gleich hinter erklären, damit wir uns mal besser kennenlernen können. wo ein Port von dir ist jesslich, wo ein Port ist säilisch, wo ein Port ist fleischlich und wo ein Port ist scharperlich oder natürlich. Dort habe ich hier ein Bild gemalt, dass ich dir dort erklären kann, wo das eigentlich schaffend ist. also, hier habe ich an das bitterste Port, das ist an das Charpa. Dort habe ich geschrieben, an das bitterste Port, hier so. Dort ist an das Charpa, was wir vom Böde sagen, ich schaffe mich aus meinen Charpa. Wenn ich so gut ist, das ist dann die Pana. Und so kann ich gehen. Charpa-lich schaffe ich an das Böde das erste. Und das nächste, was die Mietchaner lehrt, was ich dumm verhaar, auch wenn ich eerns schick, auch wenn ich rohe, auch wenn ich lache. Und dort hafelt die Däunung an das ähnliche Mensch, dort ist nicht bloß ins Charpa. Dann rede ich auch von, was ähnliche. Und hier ist die nächste, die Fleischelja. Das Fleischelja Charpa und die natürliche Charpa, die sind seien hund und hund. Ich sage mal, dort ist für diese Welt, dort ist ab diese Welt. Wir fingen noch in Farsch und Johannes und geschrieben, das sage ich, die wird anders ist, die ist Stortja, als die wird in der Welt ist. So, wenn wir reden von, die wird anders ist, dort ist dieser, und die wird in der Welt ist, dort ist dieser. Das Fleischelja, das ist der Teufel zu sein. Der Feld steht, wenn die will den Teufel channelieren, was wir alle würden sagen, dem will ich euch channelieren. Na, was soll das denn ich dann channelieren? Ich sage, wie viel muss? Wo weißt du, wenn du eigentlich bist? Und das ist endlich das Fleisch. Dort, wo ich auf den Feld steht, dem ich erkläre, eins, eins, das Fleischel geht, das ist das, was erinnert ist, was kommen die ins Adam und Eifer von den Baumarten. Dort, dort drehen sie das Eckchen in. Und dort ist das, wo Gott seine Gefallen hat. Dort, wenn sie Gott, die sollen nicht von den Baumarten. Wenn es das Eckchen, ist das, was das Beise überdeckt. Und von dort an, erchen wir das Gouden Beise. So, Menschen sagen, Adam und Eifer ate ein Apel. Weil, ich finde das nicht in der Bibel, dass er von den Apel geht, aber ich finde, dass sie von den Baumarten wurden heute aus Erkenntnis von Gouden und Beise. Und das ist mir sehr klar, wenn wir die Bibel wiederlesen. Dort wurde Adam und Eifer an, was Beise und Gouden wird. Erst wussten sie nicht, was Gouden und Beise wird. Sie wussten bloß, sie werden mit Gott tun. Eine Gemeinschaft. Und das ist die Prophezeiung, wo ich von dem ersten Bild habe, das ist die Prophezeiung, was Gott geben hat, dass er das wahrer schicken würde. Der Lebensbaum kann man sagen, den hat er geschickt. Nichts habe ich durchgegangen und äten von dem Baum. Und dann schrieb ich wahrer Leben, ja. Aber das ist hässlich, das ist nicht fleischlich. Ein Ding muss man sagen, was niemand anderes wird, eier der Welt wach ist, weil das dann nicht, aber das fleischliche Mensch säilig ist, dort wird er im Garten heilt. Da wird er säilig. Aber dadurch, was das fleischliche Mensch entschädigt wird, Eifer teilt, dadurch, verliert er. Dadurch muss wir sterben. Ich kann Ihnen nicht sagen, was wird sein, wenn Adam und Eifer nicht gehen würde, dann werden wir vielleicht noch am Garten heilt. Dann wird diese ganze Welt gleich am Garten heilt. Das finden wir nicht beschrieben. Aber allemal, was hier passiert ist, dort verlor die Menschheit dort. Alle Menschen werden wieder an Sinnen geboren. Wir sind alle mit der Erkenntnis von Garten in die Weise geboren. Dort werden die Mögen an den Tingen. Ich glaube, als soll die Tingen sein, wo wir das nicht lang sind, dann merkst du, dass die eine neue Natur haben. Das ist das, was wir machen. Die dürfen noch nicht gehen. Dann merkst du, dass sie eine neue Natur werden. Und dort ist die Angeborene, so sei wie dort manchmal, von der teuflischen Macht. Und dort sagt der Teufel die Namen der Macht in dieser Welt. Und dort fängt auch dann, dass Jesus versagt wird. Dann will Jesus, ich meine, den Teufel haben, Jesus soll bloß anbeten, dann wird ihm die alte Macht über die Welt. So das, was ihn sehen wird, wenn er Jesus auch noch kann kriegen, dann hat er ihn sehen. Gott sieht ihn sehen. Wenn er den auch noch weltlich kriegt, fleischlich kriegt, dann hat er die Welt ein. Aber das, was anders passiert hat, ist er dankbar für. Und das ist, was er erklärt hat. Dort nächstes ist die Seil. In der Seil fingen wir, auch in der ersten Mosei, 2 Vers 7. Dort fingen wir, dass die Seil, die Gott, an uns nennen. Eine lebende Seil. Und dort werden, haben wir den Geist. Ich sage manchmal, diese zwei, die sind sehr an Connection und diese zwei, sind sehr an Connection. Und wenn wir die Macht reden, von dem, was wir in der Bibel fingen, ist immer dort ein und andere. Ich, du, was ich nicht will. Das ist, was es in Reimer 7, Vers 15 sagt. Dort, was ich will, das nicht. So, wie macht ihr das? Wir haben, zwei Krafte, zwei Maste, zwei, was soll ich sagen, zwei Sieden, die wir da haben, wo wir mit zu arbeiten haben. So, und diese zwei Sieden, dort fingen wir, an sie, zu feilen. So, werde ich dort noch erklären. Wie feilen, mit uns Charpa, wie feilen, mit uns Fleisch, wie feilen, mit der Seil, und wie feilen, mit dem Geist. Und, das ist ein, das ist ein, das uns fehlt, zu erkennen. Wir fingen hier noch in Vers, in Hebräer, Vers 12. Dort, Gott sehen, wort das Schöpfers, in zwei Sieden, geschwäht. Und, dort kann uns, in den Einschäden. Dort, wort leert uns, wort der Unterschied, von den Geist, in der Seil ist. Dort leert uns, wort der Unterschied, von den Knirken, in der Knirken, morg ist. Und, wort der Unterschied, das von uns sehen, oder, ich soll sagen, uns sehen, hier, in die Gedanken. So, dort kann uns, dort leeren. Und, das ist, was wir, durch diese Klasse, lernen. Warum, von diesen Feilen, hast du, an den Charter? Weil, das ist ganz einfach, wenn sie, wenn sie mit dem Hummer, auf dem Finger durcht, was passiert, dort feilt die Mensch. Und, wenn sie, manchmal, je mag, dass er dann, noch ein paar, wieder rauskommen, manchmal so, als sie nicht sagen, wel, dort kommt von dir. Dann, hups, das dann an, wenn sie, kann auch feilen, was die feilt, und dann feilt die, noch, so ein Flecken dann, ja. komme flach wieder raus, bloß von dem Finger durch ihn. Weil, was das, das Mensch, dort ist, wenn sie, so viele sind, taub. Der feilt da weiter, und der weiß nicht, worum er da noch nicht hat, und dann, pflegt der ihn dort. Dort ist das Fleisch, der Mensch. Und, so, sind die, verschiedene, viele. Das andere, was wir haben, Seilfeile daunen, wenn du, gepflegt hast, dann hast du, am meisten, 14, gefeilt, dann, checkst du dir an, wer hier hat. Sind das die, kleine Kinga, gewaast, oder, wer hier hat. Diese Seil feilt, nicht, gut. Die feilt, direkt. Wie sage ich manchmal, das Gewässer. Das hier an dieser Seil, das ist noch ein Gewässer, was wir gelehrt haben, viel wie Schlag, was wir getan haben. Und, das ist die Seil, dort bin ich, aus der Gesselsgeport, und der Gesselsgeport, macht die Entschädung, was will ich nicht tun. Ich habe mir im Finger gethielt, ich habe ihr pflegt, und mir ist das leid, dass ich das nicht tun habe, ich habe es nicht zu tun, und deshalb macht die letzte Entschädung. Das ist die, was mit Gott sich glücklich nicht hat. Und dort schreibe ich den Sank an uns, dort schreibe ich den Pferd, dann sage ich, dieser, go sei mit der Leute, wenn es der Haare gehört. Oh, das soll ich nicht sein. Und weißt du, was dieser dann sagt? Ne, aber so, weißt du das? No. Der pflegt kleine Heimung. Du hast die Pferd zwischen. Und das ist, wenn wir das verstehen können, dass wir diese verschiedene Sorten, die wir vielen haben, haben, dann werden wir einmal merken, wie besser wir unsere Troubles von herkommen. Und ansonsten, das manchmal nicht gut genug, tot zu stehen, dass wir erneut fleischlich leben, aber das einzige Helm, was wir können haben. Wenn wir das sein können, dass das fleischlige Kontrolle ist, was mich eigentlich nicht bringen hat. Das ist das, was mich Troubles merken hat. Hier habe ich die Frau, bist du fleischlich? Oder bist du geistlich? Bist du geistlich? Bist du geistlich? Bist du geistlich oder geistlich? Bist du geistlich? Das ist ein feier Ding, was er ist. Woher man redet, wie von geistlich und geistlich? Das sind, ich sage, mit den geistlich, das fleischlige geistlich, was wir haben, das tierlige geistlich, was wir haben, dort ist eigentlich das, was geist. Mit dem geist du, mit dem da ist du. Das ist, wo man die schaffende ist, ja? Und dann nimmst du die Entscheidung von diesem oder von diesem, was das tierpa da ist. Ähnlich ist das seilische Port. Das seilische Port ist ans ähnliche Verlangen. Ich brauche das manchmal aus dem Beispiel von der Sehnsuchtseug in ans Hort. Da bin ich am Hort, da habe ich eine dupe Sehnsucht, wie kann ich sagen, in Verlangen, ans verlangtem Hort, frei zu werden. Das Beispiel brauche ich von den Trinkern, weil er Hangover sei, auf Engelsch, er Kruder, schaue ich an, wo er ist. Wo er sich betracht, dass er in Arbeide hat, wo ein Mensch schlacht hat. Und ich sage einmal, dort bin, hat die Menschen eine Sehnsuchtseite im Hort, wo er dem verlangt, wann er nicht mehr kann loskommen von dem. Dort ist, wo er dort anfängt zu Arbeide, ich werde aus Mann und meine Früh betrachten, ich werde die Kinder betrachten, ich werde die Gemeinde betrachten, wo er immer das ist. Und dort direkt mich. Und dort ist eine Arbeide, wo wir schwor haben, und dort steht, wo er immer sei, wo wir mit Gott keine Kontakt machen. Dort hat Gott uns so gegeben, hier im Hort, dass eine Arbeide, was jeder Mensch hat, was ein Christ ist oder nicht, aber er hat eine Tät, wo er verlangt, dass er frei sein kann. Und dann sagt die Sehnsucht, wo wir der Herr Klaus und der Meier von hören, dort ist, wo wir mit Gott eine Kontakt machen. Das ist nicht hier, der Mensch will das nicht. in Römer 7, haben wir das klar, vor 15 Jahren wieder, das schrift Paulus von, dort die Mensch will nicht, dort unten, wo der Fleisch will, der Fleisch will ja Mensch. Und so ist es umgedreht, der Fleisch will ja nicht, dort wird Fleisch will. Und da sagt Paulus, wenn wir so glücklich leben, und wir leben, bläst uns ein Mann, schicken, dann sind wir viel mal im Trübel, wir fingen uns nicht mit dort. Gottes Wut, dort täte uns in den Eindeil, dort geeft uns die Erkenntnis. Und hier sind diese feuer Sorte von Menschen, die erklären, wo wir mit den Dingen einschalten, dass wir uns mal trafingen. Und wenn wir das andere denken, dann sind wir noch eine Welle. Wenn wir nicht bekehrt sind, wir haben eine Welle in uns, entweder zu der Schlechte oder zu der Gote. Wenn wir das Gote und das Schlechte haben, dann sind die Erkenntnis von der Gote und der Schlechte. Hier will ich Ihnen Klienbert Meier erklären, wann wir denken an das Gote. Some Menschen denken, okay, dann werde ich das Schlechte getreten, da werde ich nicht loslassen, und das Gote werde ich alle holen. Und dann kommen wir wieder in Johannes Kapitel 3, da sagt es, dass wir Mathe von nie geboren werden. Und da an, wo wir an, dass uns Fleisch will ja Mensch, das Fleisch will ja Mensch, der kann niemals so gut werden, dass wir bei Gott geracht werden. Das geht nicht. Das Körper, der wird verfüllen, und das Fleisch will ja Mensch, der wird sterben. Da fingen wir klar. Da fingen wir nicht mehr Saß klar zu schreiben, dort werden wir sterben, dass wir uns Fleisch will ja Mensch sterben dürfen. So, wir können nicht dem rachen, wir können dem nicht leben haben, wenn es da auf Gott nicht in die Falle ist. Und es ist eine feiersorte von Menschen, die Brücke, wie zu verstehen, wann es dort, was ware geboren wurde. Da habe ich hier die Städte von Gott. Wenn wir von Gott ware geboren wurden, dort passiert da nur ein Geist. Some Menschen, die wir alle haben, das soll hier nur Fleisch passieren. Ich werde bloß alles betanen gehen, alles bereden gehen, und dann ist das alle gefixt. Aber in der Wirklichkeit ist nichts passiert. Das bloß dort berät mit Menschen, aber mit Gott, ist es nicht. Wir brücken diese wahre Geburt. Als ich hier sage, was von Jesus geboren wird, das ist jetzt. Wir brücken diese Geburt, weil, was meint das? Waren, wie haben wir diese Geburt gekriegt? Das fingen wir in Johannes 3, da sagt er klar, woher, dass wir von Gott nicht geboren werden. Da sagt er, im 3. Vers, glaube ich, dass wir von Gott nicht geboren werden. Da sagt er, dass wir von Gott in Gott geboren werden. Auch so am drehen, von Gott in Gott. Was meint das, wenn wir von Gott geboren werden, in Gott geboren werden? Weil das Gott ist all diese Reinigung. Wie weite, dass Johannes, der Täufer, der der im Jordan traf, und bei dem Wut, da drückt er die Menschen ohne, gleichweg, sag ich nicht klar, oder gaut ihn ab, wo er immer gewaßt ist, und dann wurde er rein von ihre Sünde. Das wird er hier. Er wird die Büsse, aber er wird Büsse, ist auch da. Da ist endlich das Wut, was er meint. Ein anderer Ding ist, dass wir Jesus im Horten angregen. Was meint das? Seen in Jes, den Heiligen Jes, dem Kribe hinein. Also, wenn wir Gott an dem Heiligen Jes, Frauen, dann schämmte er, Jesus, das so nennen. Und uns. Und, das fingen wir in der Reimer Kapitel, ach, er sagt, Gott sind jetzt, er zeugnet uns jetzt, dort, wie seine Kinder sind. So, das hält nicht nur, wenn wir bloß stoffen ans Fleisch, wie Brücke, wirklich Gott sind jetzt, und ans Hort, dort, die uns kontrollen da. Und dann, dem schämmt ich nicht anders, als, dort, wie man erst stoffen ans Fleisch, erst, dort passieren. Weißt du was? Gott sei denn, die würde sterben. Und hier ist wahrer, erklärt, was Gott am Anfang sei denn, dass der Mensch muss sterben. Und er wird sterben. Wenn ich nie würde entscheiden das, dann, dann wird er in der Halle sterben. Und, das erklärt, dass wir hier, dann wurden wir von hier gekontrollt. Weil der Teufel dein Name hier so kontrolliert. dort sind Propriedade, dort sind Acker, damit schafft er an diese Welt, und ans. Und, was wir brücken dann, in Reimer Kapitel saß, da sagt er, weiß ich nicht, dass all die, die getauft sind, die sind zu dem Tod Jesus Christus getauft. Was meint er? Zu dem Tod Jesus Christus. Jesus Christus braucht Leben durch das Wort. Durch den Tod dort sind Chapa stoff. Und, das ist ein sehr fernes Bild. Das Leben hier kann man dann kriegen, wenn die stoffen, da ist, zu den Chapa. Nicht so gesagt, zu den Fleisch. Die Chapa darf nicht stoffen. Die lebt hier, die wird stoffen, die wird verfüllen, aber, und die Entscheidung merkt, wie hier, an das Port, dort wird ans Fleisch, ihr Mensch stoffen. Dann sagt er, in Reimer saß es falsch auch, da sagt er, wann wir gestorben sind, dann gleich, wie dort, wie mit Christus leben wird. Das ist auch falsch. So, da erklärt er, wann wir gestorben sind, wie mit ihr gestorben, dort ans Fleisch, ihr Mensch, dann kann die Heilige gestorben sind. Dann habe ich geboren worden. Und das fingen wir auch in Reimer Kapitel 7, der erste Versch, das ist Gottes in Gesatz. Ich sage, das kann ich nicht ändern. Und das ist mein Ding, was Gottes in Gesatz ist. Wenn du stehlen das, hast du den Christ besser als ich. Die haben gewessen. Das ist, was die haben gewessen geschrien ist. So, wie weit du das hast, das kann ich nicht ändern. Wenn du den stehlen trickbringend hast, dann kannst du das auch feilen. Dann feilst du gut. Gott ist in Gesatz. Und so ist das in Reimer, Kapitel 7, der erste Versch. Da sagt er, ein Biespel von morgen und früh. Er spricht hier nicht unbedingt, dass er leer ist von morgen und früh, aber das Biespel. Er sagt, eine Früh. Wenn da jemand morgen befriedet ist, dann ist er nur Gott ist in Gesatz, vor Lebenszeit befriedet. Und wenn er dann noch ein anderer Mann hat, dann wird sie euch brechen. Dann sind sie euch brechen. Aber, wenn der Mann stirbt, dann ist sie frei, dass sie sich frisch befrieden kann. Dann hängt er an, sagt er, also auch hier, sie sind dort und ich mag das Biespel aus, der Teufel und mich. Ich sehe nur in der Früh. Und der Teufel ist mein Mann. Das wird er lernen. So lange, als ich den Teufel aus dem Mann habe, dann ist es allmählich, dass ich Gott kann aus dem Mann nehmen. Erst muss der Teufel an mich gestorven sein, aber dass ich ein frischer Mann kriege. Und das ist was wir hier bringen. Wir müssen erst uns Fleisch sterben. Eier, wir können den Heiligen gestern. Und wir wissen, wie viele von unsere Träubel sind. Und so will ich sagen, bloß an der Zavare auch an unsere Träubel. Wir müssen erst sterben unter uns Fleisch, was uns den Träubel verursacht. Aber wir können loskommen von ihm. So lange, als wir den anpacken, dann brauchen wir ihn zu regieren. Ich will euch nicht eine Geschichte vertellen von einem. Der will seine Wut nicht los sein. Er ist wolle. Er wird so da, als ich mit ihm spazieren und weiß mich von dich wie ich will. Er erklärt mich mal wie ich will. Und dann steht er, dass ich am dein. Und dann wird er ein. Und dann sagt er, er wird so, dass er ein Christen ist. Und dann sagt er, dass er das nicht in Christen wird. Er sagt, er wird so, dass das nicht leid ist. Und dann fragt er, ob er sich Probleme mit dem en? Nein, ich habe. Okay, wir haben das einmal gesagt, wie wird er da, warum wird er da, oder von woher kommt das? Und dann hat er noch eine Chance, was er gesagt, wo er das wieder ist. Was er sich dann fragt er, was du, dass ich mit ihm gebet, dass ich aus Heilung kriegen, über das Port. Er hat eine Bedrohung von Junk, wo er seine Wirt entstanden hat. Und dann, dann sagt er, dann sagt er, ja, ich will. Und dann, wie wird er den nächsten Tag, wie würde ich beten, den nächsten Tag. Dann würde ich hängen bleiben und ihm im Gebet noch Gott bringen, dass er geheult wird von seine Wirt. Der nächste Tag, dann sagt er ihm, dann sagt er zu mir, du bist so klug als ein Fuchs. Du weißt, gerade, was passieren wird, wann ich die Wirt loslaut. Und das will ich von dir auch nicht tun, wenn ich meine Frau in seine Kontrolle kam. Und wann ich die Wirt loslaut, von da war ich eine Kniekrippe für meine Familie. Und das wird nicht passieren. So hier sagen wir, was der Teufel ist. Er will nicht loslaut, wenn sie die Wirt in Kontrolle. Aber ich sage ihm, weil das ist eine Entscheidung. Wenn die dort zur Stadt was holen, dann kann ich nicht wiederkommen, mit die Halpen. Er will hier, ich soll ihn mit der Früh zu bringen. Dann sage ich ihm, ich glaube mir, den Trouble ist, mit der Früh zu bekommen. Er will nicht mit der Taub sein, wenn es die Dessern mit Wirtkontrolle. Na, das muss sein, aber das kann ich nicht loslaut. Und dort ist es, wie Menschen sind. Wenn wir dort hier alle Foss holen, dann sind all die Versprechungen, was Gott sagt in der Bibel, die sind weg. Wenn es er verspricht auf Leben, nicht auf Tod. Er sagt, das Fleisch fehlt noch Tod, und dort ist es, was eramt. Er bleibt Tod. Er kann nicht leben. Er will die Gemeinschaft haben mit der Früh, das kann nicht passieren. Warum nicht? Wenn sie wohl nicht sterben, durch das Fleisch. So, das ist ein Ding, was wir kennenlernen können. Hier sagt es, ich mache ein Mensch, ich elender Mensch, ein verlorener Mensch. Wer wird mich losmachen von meinen Stoffel, der Charpa? Das ist ähnlich, aber woher wir kommen dort? Wir sind dort, wir sind verloren, wir sind falsch. Ich habe dort auch noch. Das ist dort, das wille Regier. Und wie geht die Äpfel? verschiedene Äpfel. Das ist die Äpfel. Bei der Äpfel. Das ist die Äpfel. Das ist die Äpfel. Das ist die Äpfel. Das ist die Äpfel. ein verlorener Mensch. Und das ist, was wir dann mal einmal sehen. Wer ist der Jan, wo uns kann loshalten von das arme, verlorene Fleischliche Ach? Und hier sagt es, Dank Gott, der Jesus Christus kann ich von das Stoffelige Mensch loswahren. Und dann sage ich das, dass mein Fleischliche Mensch deinig dem Teufel und mit meinem Jesus, der Mensch, deinig Gott. Das ist, was die Pfarrer da sagen. Und das braucht wir zu erkennen, dass wenn wir fleischlich sind, das sind dann, dass wir in Christen sind oder nicht, aber wenn wir fleischlich sind, dann deinig dem Teufel. Das ist, was wir sein können. Das ist, was wir brauchen zu sein. Und hier sind diese viele, kommen wir hier betrachten. Wir werden ein kleines Bett an das reden, an diese vielen. An sich die Pfählen, die sind sehr nahe, ob wohnt das und wohnt das. Wir sind da, wenn wir isch fleischlich denken, dann können wir nicht erst nicht pfeilen. Das sagt die Bibel auch. Die natürliche Mensch vernehmt nichts vom Rückgottes. Wenn du was vom Rückgottes wird vernehmen, dann brauchst du erst, die nie viele loszuladen. Du musst wirklich sagen, dort wird ein Pfählen, und ihr dort fleischliche Äghter tun. Das ist wahrscheinlich, was du fällst, ist vom Teufel. Wo ich mir dort sehr klar merken, ist, Beleidigung zum Beispiel. Wenn mir eine Früh mir dumm sagt, dann fäile ich Schleich. Wenn ich fäile, was du sagst, was nicht erreicht ist, dann fäile ich Schleich. Und, oh, wenn ich Schleich fäile, ist das unbedingt nun äckig, oder ist das jästlich? Weil ich will es nicht deutlich machen, dass ein jästlicher Mensch nicht auch fäilen kann, dass das weiß. Aber ein jästlicher Mensch sagt immer, dass die Haft nicht steht, wo er drückt geht. Ich weiß, ans Nober, mein Vater, der seht mich mal, wenn jemand, der seht, was ihm nicht stammt, dort wird er mein Daunt. Dort leidt er bloß fliehen. Dort, was er stammt, dort noch um eine Ernebrücke, dort und was er nicht stammt, dort leidt er fliehen. Und weil ich hier sind gerade das Geheimnis an diesem Ding. Wenn mir war errichtet, dort ist so ein Ding, was ich nicht mehr in der Städte hat, um nicht abfliehen. Hab ich das verstanden? Ich kann nicht mehr in der Komma mit einer Marktbank, wo er kann, dass er die Vieler abfliehen. Warum nicht? Wenn ich das weiß, wenn ich die Vieler abfliehen darf, dann wird er mich schulden. So das Ding, was mich nicht stammt, oder was ich nicht verstorben kann, das leid ich bloß durch. Das ist, was wir mit die Vieler tun können. Aber das Ding, was die Brücken kostet, jästlich, was die Halben tun, der kostet die abfliehen. Und nun will ich den Bischofel nehmen, an meiner Früh mir gegründet haben, weil ich ein Ding am Tag, wo ich gedauert habe, oder wo ich nicht gedauert habe. Und das stimmt nicht. Ich habe die erste Briefe mit Gottes Wort zu sagen. Das ist so, was sie sagt. Sie würden zum Bischofel sagen, wenn ich nicht vom Stuhl gebracht habe. Dann würden sie sagen, warum verjagt es die Ärmer, wenn ich bestell? Welche Wort ich konnte ohne? Das wird Ärmer, das lässt ich nicht fliehen. Aber die andere wird, die lege ich am Schelf noch. Warum verjagt es wenn ich die bestell? Dort kann ich auf das Schelf fliehen, aber dort wird immer bestimmt nicht. Dort ist es nicht wahr, wenn es nicht wenn es nicht ist, dort sind Dinge, wo wir Briefe haben. Dort wird immer, dort muss ich fliehen. Wenn es nicht, ich würde auch abfliehen, dann hole ich was jener, wenn es ein Haft wird gesagt, was nicht wahr ist. Und hier ist es viele, ich habe die Briefe wo ich erst dort kann, wo ich abfliehen kann. Aber weißt was das in der Fleischel, der Mensch sagt, wenn er früher sagt, Ärmer, dann sagt er, ich fliehe noch ein, und er sagt, Ärmer, ich kann Ärmer verjütten. Dann mache ich das doppelt. Das wird der Fleischel, der Mensch das. Aber der jessel, der Mensch, der nähert sich und das, was das an dort, der läht das doch, wenn es das nicht bühen. Wir fingen in Fenerfahrt, wo es sagen, dass die bühen ab Gold, selber, Stein, Stoppel und Stroh. Weil Stoppel und Stroh würde ich nicht wollen, wenn wir das verglichen, aber wir wissen, dass ein Ding das besser bühen, die hat besser Grund als das andere. Das würde ich das auch erklären. Das was ich das Ding, das wird, was mich nicht stimmen, die brauche ich nicht lang übertwiebeln. Weet ihr, was ich das kann tun? Ich kann bloß vor es klar merken, dass meine Frau ist ein bisschen fleischlich. Und wenn ein fleischlich ist, dann würde ich ihr das vergeben. Wenn es ihr soll, Brücke nicht vergeben. Das ist Grund. Aber ein Fleischel, das werde ich alle vergeben. Und das kann ich tun, wenn ich nicht fleischlich verdabbeln. Wohraam wenn die Teufel gleicht? Wohraam wist du Teufel in Lena ist? Die people sagst es dort. Und ich fing das an mir auch es dort. Wenn ich mit das Fleisch zu tun habe, dann kommen mir auch Lena sein. Ich sage dann krieg so trägt, Wohraam sagst du Emma und best du Emma vergrunst? Und du gleicht meine mails. weißt du dort das gerade war das Fleisch schafft und die Teufel schmetter immer lehnisse man an war hat. Und das ist was wir so viel fing an. Das nächste ding die Entschädung ich habe das Bild hier ich elände Mensch wer wird mich los halbe von mein Charpa mein Leib des Todes. Ich sage wir müssen aber dorkommen dass wir wirklich tun ich sie me wohn ich das jesel je das fleisch je ich das will bloß wieder lehn und jesel dit ich mit wie man einmal tun ich sie me ich habe eine Macht über mich was mich kontrollen hat ich do das was ich nicht will ich do am war das was ich nicht will das Paulus der schrift do man wie man im eng kommen jesus sagt heist je komme für die die krank sind nicht für die gesund sind und das kriegt so heist versöhnen ihr kommen die im eng sind und ich ich mal für uns als christ wir sind glücklich wenn wir im eng kommen dann nicht versteht wir auch dann mein fleischlich dort wir kommen ins fleisch ich aus christ kommen im eng mit mein fleisch wenn es dort ist jesus gekommen dort fängt wenn johannes so viel steht hier geschrieben dort wann je sind dann weit jesus ist gekommen die sind weich zu nehmen und die teufel ist die was an sin gemerkt und dort ist jesus gekommen dort die wort vom teufel verstirrend hat und wir brücken im eng zu kommen wer nicht im eng ist und das fängt wie viel mit menschen schoffen wenn wir wenn menschen nicht im eng ist mit dem jesus wiesen dem he alles wie so und he sagt ich sie ewig ganz all reit ich habe alles gut und beieinander kann ich nicht das ist mit trinken das was ich will und dann frag ich ihn wieder und dann sage ich die ich will nicht da will ich nicht hier aber ich will mein trinken los sein ich zei wenn du dich nicht beche oder du nicht im eng was mit dein leven dann weide ich nicht wo ich kann halben mit trinken los fahren wenn du wässt mit den eck ab hier mit trinken und vielleicht wird die dort glacken oder vielleicht die teufel die wird euren geben wie fing er dort ab wenn du ein jahres los ladst und dort nicht ab fällst mit einer betriegerung dann kommt er mit sie andere gestern ab na dort wir haben kein dort ein christ kann nicht schmecken so dann wirst du wenn ein kleiner jungen ab hier na ja das war der ba er hat sich acht mal betriegen er kann immer nicht ab hier mit schmecken weil das sind so ein ding wie wollen wir an das ein an dem los sagen ja wie maht du das am ak so ich das habe aber wirklich los von das act kommt uns nicht wie wir immer noch vor zu halten das ist so ein ding was eine beleven hat an die arbeit und wir brauchen es dass er hier hängt und wer wird los halten wir aber kommen dass wir auf das Punkt geben maat ans fleisch und gehen in eine andere Macht und wort wirklich wo wir im einkommen und wo wir dort kommen reimer 7 vers 25 ich dank Gott der Jesus Christus ans haar so dein ich mit das seil das von genut und mit das Fleisch das 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 interessant dass das Fleisch dein wie das 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 reimer ach klar das Fleisch kann nicht Gott ist ja es begrüben das Fleisch ist das einzige was wie man dort tscherne daun erst um tritt trauen und storben